Ich bin hier mit Martina, die ein von meinen treuesten Livestream-Online-Class-Stunden-Besucherinnen ist hier aus Vienna. Und jetzt hast du dein White Belt in Person erlebt. Es war magisch. Magic. 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 Und dieses Online-Erlebnis in der Stunde zu tanzen und dann in Person, ist das eine gute Mix? Sehr gut sogar. Sehr gut. Ja, vor allem am Anfang ist es sehr angenehm, wenn man so ein bisschen für sich alleine tanzt. Da braucht man sich nicht zu schämen, wenn man etwas falsch macht. Ja, das habe ich sehr genossen. Und natürlich die Fitness im Lockdown. Oh ja, oh ja, ja. Okay, das ist ein guter Punkt. Ich kann für mich alleine tanzen und die Schritte so ein bisschen machen, wie es geht. Genau. Und dann jetzt in Person die richtige, the juice, the joy juice. Ja, danke Martina. Dankeschön. Und wir sehen uns weiter. Auf jeden Fall. Augen CordAre skal. Vielen Dank.